Die Spielzeuge in dieser Produktion werden möglicherweise anders dargestellt als typische oder echte Spielzeuge. Batman Toy Abenteuer Party Panik Eins kaufen, eins gratis Bindet mir keinen Bären auf! Das wird ein räuberischer Spaß! Nicht so schnell, Joker. Diese Bären bleiben genau hier, wo sie hingehören. Und du gehst zurück in den Winterschlaf nach Arkham. Ich möchte nicht widersprechen. Also werde ich schlichtweg das hier tun. Na, das war doch ein Spaß. Aber die Spielzeit ist vorbei. Jetzt geht es ans Geschäftliche. Copperhead, wo bist du? Entschuldigung, Joker. Nächstes Mal verwende ich mein GPS. Beeil dich, du Doofmann. Lass uns die Spielzeuge holen. Und mach schnell. Ladendiebstahl ist ein ernsthaftes Verbrechen, Joker. Ja, das kommt ins Führungszeugnis. Dauerhaft. Hoppla, daneben. Hey, Joker. Ich denke, das ist alles. Tut mir leid. Aber es sieht so aus, als wäre es Time to go go. In der Zwischenzeit kriegt ihr ein Jojo. Pass auf, Robin. Wow, yo. Es war schön, Bad Blödi. Aber jetzt ist es Zeit, meine Spielzeuge einzusammeln und nach Hause zu gehen. Verdammt, sie sind entkommen. Und sie haben die besten Spielzeuge gestohlen. Seltsam. Das ist das dritte Spielzeuggeschäft, das er diese Woche überfallen hat. Spielzeug zu klauen passt nicht ganz zu Jokers Stil. Ich frage mich, was er vorhat. Was auch immer es ist, es ist definitiv nicht gut. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Phase 1 meines genialen Plans ist abgeschlossen. Super. Aber was sollen wir mit diesem ganzen Spielzeug denn jetzt anfangen? Ha, das ist eine gute Rätselfrage. Was ist mit dem riesigen Geldhaufen, den ich in der Gotham First National gestohlen habe? Kein Interesse. Au, mir geht's gut. Ernsthaft, Joker. Warum verschwenden wir unsere Zeit mit den Überfällen auf Spielzeuggeschäfte? Es ist... Warum muss ich mich immer wieder wiederholen? Na schön, ich werde wieder monologisieren. Geburtstagsfeiern finden in Gotham City jeden Tag statt. Diese Partys werden von den Kleinen gefeiert. Und oft auch einem gewissen Miesepeter mit Umhang. Das ist unakzeptabel. Habt einen sehr unglücklichen Geburtstag, Kinder. Versteht ihr es jetzt? Ja, du willst Kleinkindergeburtstage ruinieren. Es gibt jedes Jahr über 100.000 in Gotham geborene Babys. Das sind ungefähr fast 300 Babys jeden Tag. Weißt du, mit wie vielen Batman-Themen Geburtstagen du es zu tun hast? Natürlich weiß ich das, du Dummkopf. Au. Mir geht's gut. Zeigt ein wenig Superschuppenstolz, ihr beiden. Wir haben alle Spielsachen in Gotham gestohlen. Keine Spielsachen mehr bedeutet keine Geschenke mehr. Ahihihi. Es ist Zeit, klüger zu arbeiten, nicht härter. Guck mal, wie schön der... Au. Steh auf. Du wirst alle Kuchen stehlen. Riddler, du bist für die Ballons zuständig. Wenn wir fertig sind, wird es in Gotham nie mehr Geburtstagsfeiern geben. Nie wieder. Ich bin Copperhead und ich nehme die Kuchen. Ein Rätsel für euch. Was kann man aufblasen, ohne es zu beschädigen? Einen Ballon. Einen Moment, Robin. Ich muss mich ausrüsten. Schulterpolster, Brust- und Rückenkanzer, Stulpen, Oberschenkelschutz, Beinschutz und natürlich ein aufgerüsteter Ausrüstungsgürtel. Ja, die neue Rüstung ist offiziell Robin geprüft. Genau wie die Gadgets. Bat-Jarang, Bat-Bombe, Bat-Clown und ich kann es kaum erwarten, die neue Bat-Drohne in Action zu sehen. Warum warten? Ruhl! Mal sehen, was der Joker vorhat. Hahaha, wir haben es geschafft. Sagt auf Wiedersehen zu Geburtstagsfeiern Gotham City. Auf Wiedersehen zu Geburtstagsfeiern Gotham City. Nicht du, du Blitzbirne. Können wir jetzt endlich wieder Banken ausrauben? Die Bande ist komplett. Der Joker, der Riddler und Copperhead. Und hast du all diese Spielzeuge gesehen? Und den Kuchen und die Ballons? Diese Party-Crasher werden eine Einladung erhalten, die sie nicht so schnell vergessen werden. Los geht's. Geh weg von den Spielzeugen, Joker. Du kommst mit uns. Und auch diese Kuchen und Ballons. Kau mal daran, Bat-Blödi. Jetzt weiß ich, warum du keine Partys magst, Joker. Du bist wirklich ein Mauerblümchen. Nicht schlecht, Batsy. Deine Spielzeuge waren schon immer besser als meine. Hör auf herum zu albern, Copperhead. Du machst wohl Witze. Ja. Das ist doch mal eine gute Pointe. Ein Rätsel für euch. Wann wird es Zeit für einen schnellen Abgang? Bleib auf dem Boden, Riddler. Vorsicht, da unten! So hat sich schon lange niemand auf einen Kuchen gestürzt. Gute Arbeit, Robin. Dank uns wurde den Superschurken das Handwerk gelegt. Und in Gotham gibt es wieder Geburtstagspartys. Ich weiß nicht, was süßer ist. Der Sieg? Oder dieser Leckerbissen? Mh, Buttercreme. Mir geht's gut. Batman Toy Abenteuer. Weitere Episoden online. Weitere Episoden Nathaniel Wir 院